Und zwar haben wir hier noch den Ost-Wanderberg-Weg offen. War das nicht der Hardcore-Weg? Ja, das war der Hardcore-Weg. Ja, cool, ich hab alle meine Passfieder. Ha! Dabei hab ich gerastet. Wie geht denn das bitte? Doch, mach mal ein Segen. Jetzt wüsste wie... Achso. Ach nee, hier war ich schon. Okay. Gut, naja, haben trotzdem Segen. Gehen wir doch diesen Weg entlang. Den können wir ja schon. Passiert ja nichts. Können wir nicht ganz nah auf der Armut wieder zurückholen. Und mein Bärenstärker. Ah, super. Und zwar im Mond gegen dieses Verstrecken, aber... Ich glaube auch dieses Aufleuchten. Ist das glaube ich heiße? Ah, okay, da sind vier hier. Ich blege es in die Mitte. Arm, fast umgebracht. Ih! Cool, und hier hab ich gar keine Pass-Nap. Was ist das? Willst du mich verarschen? Mein Wagen. Ola, die Weife. Warte mal, das ist... Was zum... Der kostet Geld. Das ist ein ganz besonderes Erfreund. Donner, lass dich nicht kaputt hauen. Das ist doch nur ein Hirsch. Ergebt euch! Ich glaube ja. Pieks. Halt die Musik Ein Kettenpanzer plus drei Kettenpanzer plus drei Mein Gewicht geht ins Unermessliche Oh, geht ins Kuhl im Emporium, stirb Ach, verdammt, ich muss ihn ausrüsten Noch fünf, es sind doch nur fünf, oder? Ich hoffe doch sehr Wann der ist der Tauner gesagt, ups Flammenstumpf Ist er nebengeschossen Toll, der Mistkäfer stinkt Alter Oh, war er ewig Vielleicht dürfte ich im Mond sein, der ging Nördliches Fragment Okay, hier schließt sich der Kreis Jetzt sind wir so hier Da wissen wir so, wo es da unten lang geht Korkor Was zum Ah, okay Pfeile und so Was sind denn, dass sie respawnen? Da reicht nämlich schon Noch mal ein Schildrechter Lassen wir kühl ganz besorgen Ein Umhau Oh, der ist magisch Und ein schwacher magischer Beutel Da haben wir einen gefunden Den können wir dann zu den anderen packen Ja, und was ist das für ein Umhang? Ein Winterumhang Kälteresistenz Und Rettungswölf Universell Das ist doch was Das ist doch noch an Wuchtresistenz Ja, hier bitte Kannst du besser gebrauchen So So Ich packe die Ein bisschen schon mal in die Für vorgesehene Kiste hier Wir haben schon wieder Sämtliche Bachs verloren Warum auch immer Ja, passen wir nochmal nach Da ist eine Tür Und da Ich glaube da geht es wieder zurück Und hier ist noch ein Kohlen Klaas wird mich ganz besonders erfreuen Dürft ihr es auch abschießen Geben auch gute Erfahrungen Muss man sagen Und echt Ein Kohlen noch Da habe ich Level ab Sehr cool Ist ja doch noch lange Keine Falle mehr begegnet Finden wir gerade auf Bei Wasser Muss das gut sein Nicht so wichtig Wie Ja Westlich ist Warte mal Hier schreit das Feuerball Ortano Vor Hier Ist ok Dieses Kreis was ihr ab und zu seht Ne Wenn ich mich bewege Hier zum Beispiel Glaub ich auch das ist dieses Immunität gegen... das hat hier Magieimmunität was denn aufgeleuchtet. Das ist durch meinen Umhang. Oh ich habe Level Up. Oh cool. Sehr geil. Gehen wir zurück? Hier können wir nämlich rasten. Oh da können wir ein Level aufsteigen. Oh cool. Jam jam jam. Level Up sind toll. Level Up ist immer eine Chance, dass man noch einen dickeren Zauber kriegt oder so. So Hexenmeister habe ich schon gespeichert. Hexenmeister Stufe 10. So ein neues Standardfertigkeiten hier. Heilen würde ich noch mal hoch pushen. Ich mache mal Zauberkunde weg und gehe mal auf Konzentration, weil... Eilen und Konzentration, das ist mir so doch am liebsten. Und ein neuer Zauber. Sehr geil. Also der fünfte Zaubergrad. Fangen wir mal um an. Bixbys behinderte Hand. Eine riesige Hand taucht über dem Ziel auf und tut alles, um es bei seinen Angriffen zu bilden. Das Ziel erhält während der Erwirkungsdauer Minus 10 aufs Angriffswürfe. Also voller Debuff. Blitzkugeln schaffen wir Blitzkugel, die beim Ziel einschlägt und 1,6 Schaden verursacht. Ein Schadenzauber. Energiepuffer. Ein Schadensregisterung. Ziemlich kurz. Fühlt sich gegen alle Arten von Elementarangriffe, so bei der Zauber 60 SP, durch einen bestimmten Element abgewehrt hat, endet er. Das ist eigentlich so ziemlich scheiße. Flächenbrand. Kolossal. Zahlreiche Flammen tauchen auf. Eine je Zauberstufe und jede von ihnen schlägt bei einer feindlichen Kreaturenwirkungsbereich ein. Wenn mehr Kreaturen als Flammen anwesend sind, dann werden die nächststiegenden Ziele betroffen. Gibt es mehr Flammen als Kreaturen, verschwinden die überschüssigen Flammen, ohne Schaden anzurichten. Jede Flamme explodiert für 1,6 Zauberstufen. Fortschicken. Fortschicken ist magischer Kreatur. Fortschicken. Also zum Beispiel meine Spüte wegschicken. Gedankennebel. Zwei Runden plus eine halbe Stufe. Der Zauber schafft eine bläulich schwimmende Nebelbank. Der Nebel stiert allen, die sich in dem Wünsbruch aufhalten oder ihn betreten, die Wildskraft. Die Opfer erleiden Minus 10 auf alle Wildswürfe gegen Zauber und Effekte, die ihren Geist beeinflussen. Mhm. Und der Malus besteht so lange, wie die Opfer im Nebel rumlaufen. Höhere Schattenbeschwörung. Der Zauber gestattet es dem Magieanwender, aus Schatten einen der nachfolgenden Zauber zu formen. Schatten, der Bauzauber, Melfsäure, Opfer, Geist im Nebel. Okay. Kältekegel. Ja. 1,15 W6 Schadenspunkte. 1,15 W6 Kälte Schaden. Misthills Säure Aura. Säure Schild umhüllt den Magieanwender. Wenn er im Nahkopfangriff wird, erleidet der Angräffer Schaden. Monster festhalten dürfte klar sein. Person beherrschen ist wahrscheinlich auch klar. Hier nochmal die Erläuterung dafür für euch. Schwache Gedankenlehre. Macht das Ziel gegen alle Zauberähnlichen Effekte der Geistbeeinflussung immun. Schwache Bindener Ruf. Das ist nicht so... Meistens nicht so tolle Sachen. Runde pro Stufe ist ziemlich wenig Schwachsinn. Wenn der Magieanwender ein erfolgreicher Berührungsangriff im Fernkampf gelingt, erleidet das Ziel einen Intelligenzverlust von 1,4 Punkte je 4 Zauberstufen. Schwachsinn. Todeswolke. Eine wapelnde Wolke aus giftigen Dämpfen. Steht im Übungsbereich. Ho. Wir haben im Angeg von ihren TW von der Wolke unterschiedlich betroffen. Was ist TW? Okay. Was ist ein TW? Ich kenne TW jetzt als Wertgehandel gar nicht. Aber auf jeden Fall 1 bis 3 glich, dass man einen augenblicklichen Tod kriegt. 4 bis 6 muss ein Zähigkeitswurf gelingen oder sterben. Und mehr kriegen Schaden. Tode beleben. Dauerhaft. Wir nehmen natürlich Monster bei Zaubern 5. Das heißt, wir brauchen hier den 4. nicht mehr. Was nehmen wir denn hier? Was meint ihr? Was brauche ich? Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Wir könnten Steinhaut nehmen. Dann können wir uns Steinhaut buffen. Oder ich nehme einfach mal Selbstverwandlung. Das dauert aber nicht so lange. Das dauert aber nur eine Phase pro Stufe. Also maximal 10 Phasen. Und das ist wahrscheinlich nicht gut viel. Schattenbeschwörung. Schwierig, schwierig. Ich nehme Eissturm. So, sonst haben wir nichts. Weil die bräuchte ich die letzten Zauber gar nicht. Die sind so nutzlos. Aber man macht es ja trotzdem. Ich habe hier magische Waffe. Ja, die hat doch recht. Schaden gegen Flammenkriegen. Nimm ich mal Flammenwaffe. Da brauchen wir nämlich die magische Waffe hier nicht. Stattdessen... Was ist Schild nochmal? Eine Phase pro Stufe. Da, 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 da. Also in der Mangel ist gegen Gift. Aber das war es auch schon. Ja, dann nehmen wir die noch mit. Dann haben wir das soweit. Das Auge bleibt bestehen. So. Dann wollen wir mal... ...die neuen Zauber legen. Eissturm. Ja, suchen mache ich hier nicht. So, und dann hatte ich hier... ...den Flammen... ...da haben wir mal beide. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt. So. Haben wir gelevelt.